Und hier ist halt Bicel zum Beispiel, oder der Squirrel, der ist ja auch Top 8 gekommen mit Dark Heart, das ist halt. Der ist irgendwie nicht so on the way dafür, wie gut der Charakter eigentlich ist. Oh, das ist ja schon ein billiger Start in den ersten 5 Sekunden, 40 Prozent, ey. Und tatsächlich der Falco. Damn, das find ich gut. Vielleicht hat er gehört, was wir gesagt haben und wurde überzeugt. Ich hab ihm vorhin noch gesagt, du musst dran denken, Frame 1 Refractor, also, ah ja, stimmt. Das hat ihn überzeugt, glaub ich. Aber er darf's nicht zu oft machen, weil sonst kann Bicel halt drumrum spielen. Das mach ich zum Beispiel ganz gerne mit so Sephiroth oder so, dass wenn ich merke, dass wenn Leute meine Side-Pee die ganze Zeit reflekten, dass ich einfach nur so antäusche und dann, keine Ahnung, so ein App-Smash mach oder so. Ja, verstehe. Du outrange dann ja auch noch den Reflektor gleichzeitig. Alter, er ist da grad so reingelaufen, Alter. Ins Schild. Das ist ein sehr schnelles Match. Ich hab mir das deutlich slow-paceder vorgestellt. Ja. Ich dachte, so Sintech macht vielleicht so ein bisschen Laser, so ein bisschen Down-Bee. Ja. Nix dran. Die Sache ist auch, auf Bicel's Seite ist, er ist halt ein Mensch, der auch einfach Lust hat auf Spaß haben bei Smash. Und ich glaub, da ist es sogar noch wichtiger, als jetzt unbedingt 100 Prozent zu gewinnen. Ja. Das heißt, er geht einfach auch rein. Ja, einfach rein. Einfach Spaß. Und es klappt ja auch gut. Oh, was? Upsmash funktioniert? Ja. Verrückt. Es ist nur so sehr inconsistent auf manchen Plattformen, aber PS2 ist nicht eine davon. Oh, Alter. Diese Treasure, aber Sintech kommt da raus. Man muss aufpassen mit Spot-Dodges gegen die Frisbee. Die ist ja ein Multi-Hit. Ah, die Ken. Ich hab immer so Angst vor der Ken. Oh, Alter. Oh, da war er nicht ready, aber der Garner killt noch nicht. Ich kenn so von der Down-Bee von Duck Hunt. Diese verschiedenen Leute haben ja verschiedene Namen, ne? Mhm. Und diese, da, da ist er. Oma, das ist Oma, das weiß ich. In Arcadia hab ich die ganze Zeit, oder die gesamte Crowd hat immer so Oma geschrien. Echt? Wenn Essie so gespielt hat und dann kam Oma einfach. Ja, das ist cool. Man kann als Dark Hunt eigentlich jeden Gunman laben, so was, wo sendet der hin? Manche senden weit nach oben, manche killen einfach straight up. Und kann dann auch Kombos daraus confirm. Ja, ich finde das Problem ist dabei halt einfach nur, diese Gunmans sind komplett random. Ja. Die haben keine Reihenfolge. Also du musst halt dann immer so ganz schnell drauf reagieren, weil manche schießen ja gefühlt sofort und dann sich so richtig zu positionieren und alles, das ist halt schon schwer. Ja, das ist echt schwierig, ja. Ja, ist alles noch machbar gerade, für Sintiq. Aber, ja, es wird immer schwieriger, die Lead wird immer größer für Beiße. Starkkürst du mir schon rausgekommen. Ne. Oh, nice, nice, nice. Das ist die. 90% ist gar nichts für Falco. Oma. Ja, so eine Kombo machen und dann ist even. Alter. Da hat gerade der eigene Gunman seine Ken. Ja, ne? Ja. Oh, okay. Das hätte bestimmt irgendwie 100% gemacht. Sein Shield ist richtig low, alles paugt jetzt. Ja. Das war's noch nicht. Das ist so ein Problem von Duck Hunt, dass er halt nicht so gut killen kann. Mhm, selbst mit Ken. Ja. Ken ist halt auch nicht der beste Killmove, leider. Ja. Was heißt leider? Ich freu mich. Oh, was? Damn. Okay. Ich dachte gerade, er hat das Shield von ihm getroffen und auf einmal kam so dieser Upsmash. Er hat wahrscheinlich die Downbie von ihm getroffen und deswegen sah es so aus. Ja, weil es ist auch vorbereitet, wenn die Gegner approachen mit einem Jump und callt das hier direkt mit dem Upsmashout. Das muss es jetzt sein. Ich bin so ein Perfektionist. Wenn ich diese Truhe sehe, dann muss ich mir diese 50 Punkte abholen. Ja, vielleicht sehen wir jetzt den Rob. Mal schauen. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's auch nicht gehört. Ne, wir bleiben beim Falco. Ja, lief auch gar nicht mal so schlecht. Also. Ja, Last Dog. Hollow Bashen jetzt sehen wir. Ich denke, die ist besser für Falco als für Darkhand. Weiß ich nicht. Ich hab auch ehrlich gesagt keinen Plan von Darkhand eher. Also Stages mäßiger. Also ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist für Darkhand, dass er mit der Can halt so komplett die Plattform kontrollieren kann. Aber naja, Falco hat halt auch Easy Confirms da drauf. Und es gibt nicht mehr an den Seiten Plattformen. Das heißt, Bicycle kann nicht so gut unter einer Plattform campen und dann halt, ja, nicht von der Luft approach werden. Ich finde immer, bei kleinen Stages hat halt Darkhand den Vorteil, dass er automatisch mehr Stage-Control hat. Mit der Can und mit der Side-B und mit der Down-B. Deswegen, eigentlich würde ich sagen, so große Stages sind ganz gut gegen Darkhand. Und dann kommt wieder der Faktor, dass er dich dann halt auscampt. Ich denke, Darkhand hat nicht so wirklich ultra schlechte Stages. Ja. Kann ich sehen. Okay, auf jeden Fall ein sehr explosiver Start für Beiße hier. Ja. Ich finde es immer ganz schwierig, den Kill zu holen gegen Darkhand. Weil Darkhand ist so ein ganz kleiner Char. Mhm. Und also der Damage ist kein Problem, weil der macht sich auch teilweise echt viel selber Damage. Ja. Und dann kommt so den Kill holen und dann, ich weiß nicht, ist ganz schwierig. Und zum Beispiel bei Falco, was soll Falco machen? Er muss entweder halt einfach eine Raw Backhead treffen, eine Upsmash, oder einen Uptilg, der halt into eine Backhead leaded so. Ja. Aber das killt noch nicht. Noch nicht, nee. Ja, ab dem Punkt ist es wirklich extrem schwierig für Falco zu killen, weil es confirmt halt nichts mehr. Ja. Er braucht eigentlich einen Raw Backhead oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, langsam wird auch näher vor der Abwehr auch sowas killen. Aber leider hat halt Falco keine Throwkills. Oh, ja. Boah, der reicht. Egal. Ist ja explodiert einfach nach oben. Da kann, lebt er auch lange wegen der Dose. Ja, ich würde nicht sagen, dass er wegen der Dose lange lebt, aber die hilft ihm halt manchmal so aus so Kombos zu escapen, dass es halt nicht mehr ist. Und vor allem weiß halt niemand, wie diese Dose funktioniert so und zwingt. Okay. Ich habe bisher noch nicht so riesige Kombos von Sintiq gesehen, aber ja, wahrscheinlich ist da auch die Dose einfach ein Faktor. Ja. Und vielleicht ist der Falco auch nicht extrem warmt ab, so vom Combo-Game. Aber Neutral? Oh, Jump wurde geklaut. Oh, schön. Sehr stark. Ja, das ist halt so eine Sache, die Falco in dem Match-Up auch ganz gut macht. Die Abi von Dacan hat ja keine Hitbox oder so. Deswegen kann er da einfach immer ohne Risk downern. Ja. Wenn er das jetzt... Oh. Oh, schade. Ja, er misst diese Kombos auch leider teilweise. Da würde ich auch lieber für Down-Throw-Forward ergehen. Stimmt, ist ein bisschen einfacher, ne? Ja, ja. Als der Instant-Double-Jump näher-Dragdown. Aber langsamer holt er das jetzt zurück. Vielleicht hat er so einen... Der Advantage ist stark. Oh, das geht noch nicht. Gutes DI. Sehr gutes DI. Oh, die Down-Air. Es ist verrückt, was bei Eis mit diesem Charakter alles anstellt. So, wo die Kern überall hinfliegt. Aber Sintiq holt sich hier langsam aber sicher die Stage zurück. Ist auch ready für die ganzen Gunman-Shots. Oh, was? Das killt. Was? Was dir gerade eben passiert? Ich dachte mir so, ah, Sintiq kriegt jetzt ne Nerf immer so. Ja. Tot. Kern ist halt Frame-1. Ja. Die kommt halt einfach aus dem Licht, sie spawnt. Boom, tot. Ja. Das ist auch manchmal so, wenn du ne Multi-Hit bist, als du da kannst, und einfach nur B-Spamst. Mhm. Vielleicht fällst du aus die Multi-Hit und dann, ja, passiert halt sowas. Was dann wieder doof ist gegen Combo-Charaktere. Ja. Mit nur Multi-Hits wie Falko. Ja. Der einzige Nicht-Multi-Hit-Area ist halt Up-Air und Back-Air. Oh, ne, Down-Air auch. Eigentlich hatte nur, okay. I guess, Forward-Air und Nerf sind halt, ja, Multi-Hits. Aber auch eine, welche seiner primary Moves. Ich hatte eigentlich Bock, äh, genau. Ich hätte eigentlich Bock gegen Byster gleich onstream zu spielen, damit ich mir das da zu Hause angucken kann. Damit ich nicht 24-7 gegen Byster verliere. Ja, also, falls er das jetzt gewinnt. Warum nicht, oder? Ja. Ah, nice, okay. Ja, da kam halt die Down-Air. Mhm. Aber sehr schön platziert von Byster. Die beiden zerstören sich so stark, beide offstage. Wirklich, man kümmern sich halt um das eine bei Daka, zum Beispiel um die Down-Bee und währenddessen kommt halt schon das andere und ist das halt... Ja, da brauchst du eigentlich echt viel Match-Up-Erfahrung, dass du dagegen klarkommst. Wow. Alter, er ist überall, er ist zwei gegen einen halt, ne? Sagt man ja so gerne. Und er merkt, Sintake hat Angst und er grabt ihn dafür. Ja, darf man nicht vergessen, der Forward, er hat eine Landing-Hitbox. Oh, er versucht ihn mit dem Up zu hiten. Oh, 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 we grab. Und kein Tag. Er war nicht ready für diesen Extrem-Delete-Näher. Ich wär's auch nicht gewesen. Kein Kill hier. Vielleicht mit Up-Air. Alter, Oma. Ja, Mann, Oma. Was wegen dieser Auffällt ist, ich weiß nicht, wieso Bystyle das macht, aber er, wenn er shieldet, er shield-droppt die ganze Zeit und dann shieldet er wieder. Vielleicht versucht er zu parry? Nein, ne? Das dachte ich auch, aber so, das macht gegen Falki ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Oh, nein. Wow. Das war unlucky. Wie auch die Ken so, links, rechts. Der Gunman schützt hier Bystyle. Ja. Okay. Noch ein Ding, was ganz lustig in dem Match-Up ist. Wenn die Ken auf dem Boden liegt, dann kann Falko kein Laser dagegen machen. Das ist ganz lustig. Oh. Wenn der Laser gegen die Ken fliegt, ist halt vorbei und die Ken steht da. Tausend Jahre. Oh. Und der S-Mash. Shield-Drop. Das war's mit dem Set. Der Toolstock. Ey, aber gutes Game. Ich finde, es sah jetzt nicht ausgangslos aus. Dramatische Welcher.